Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Informationsvideo mit mir in dem Hexfacore. Ich habe mir heute Ninfa Speed Most Wanted vorbestellt, bedeutet ich bekomme das am 30.10., preloade das dann schon mal, denke ich mal, damit das dann am 31. schön angedaddelt wird und dann wird das direkt mal instant, spätestens am 1. dann hochgeladen. Ja, das wollte ich nun mal eben loswerden und dann für die Zeit, die jetzt kommt, nachdem Battlefield abgeschlossen ist, das ist nämlich morgen, der 25. Da kommt das Finale und das bedeutet, dann habe ich jetzt erstmal sechs Tage oder sieben, bin noch nicht sicher, die noch nicht mit irgendwelchen Videos explizit jetzt belegt sind, aber das ändere ich nämlich jetzt einfach mal und zwar wird an den Tagen irgendwie random ein bisschen was kommen. Da bin ich mir selber noch nicht ganz sicher, kann sein, dass Minecraft mal am Tag kommt oder zwei Tage hintereinander, vielleicht auch drei. Aber es kann auch sein, dass mal was ganz anderes kommt und ich freue mich schon riesig auf Ninfa Speed. Das kann sich wahrscheinlich gar keiner vorstellen, wie ich mich da so richtig übel drauf freue. Und vor allem habe ich dann wieder ein Spiel, was mich auf jeden Fall festhalten, wo ich auch ziemlich lange dran spielen werde. Da habe ich dann halt heute für das Spiel geblecht und das dann auch gekauft. Das bedeutet, das wird dann, wie gesagt, angedaddelt, sobald ich das, sobald das dann spielbar ist, und zwar ab dem 31. Und da würde ich sagen, das war nochmal eben die kurze Info. Wie gesagt, mit den Videos weiß ich noch nicht, wie ich das mache, aber was auf jeden Fall sein wird, ist, dass es irgendwas random ist, wo ich noch selber keine Ahnung habe, was das sein wird. Vielleicht zauge ich auch nochmal ein Röntgen Happy Wheels, falls das möglich ist. Weil das ist eigentlich absolut lustig, aber naja. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in den, beziehungsweise hören wir uns in den nächsten Videos. Ich bin der Hexer-Kur und würde sagen, bis demnächst. 401-Greises